Mahlzeit, Freunde, ist nur ein kleines Infovideo. Ich habe jetzt Twitter. Da werde ich immer, äh, habe ich auch schon ein paar Sachen gepostet, wie zum Beispiel immer, wenn ich live bin, gibt es eine kleine Benachrichtigung. Oder Infos, zum Beispiel, wenn man bei der Gamescom, zum Beispiel, was da war. Oder, äh, ein paar Infos über den Kanal oder wenn mal was nicht geklappt hat oder wenn mal ein Video nicht kommen kann, was angekündigt wurde. Dankeschön zu einem Streamer, äh, zu einem Spender, etc. Also es gibt hier ganz viele Infos around about KroxyLP und den ganzen Kanal. Das heißt, wenn ihr Lust habt, immer up-to-date zu sein, dann folgt einfach mal, äh, KroxyLP oder, äh, at Kroxy-LP, äh, auf Twitter. Wie gesagt, der Link ist auch in der Videobeschreibung und dann bedanke ich mich und sage mal, tschau.